Das ist doch Wahnsinn! Ein 3500 Kilometer langer Wanderweg und die Parkverwaltung hat nur zwei Ranger angestellt. Was ist hier los? Die Bücherei hat uns Telefonbücher für jeden Bezirk in Virginia gegeben. Ich glaube, es sind alle. Wieso? Ich bin eben analog. Und wenn ich online suche, druck ich trotzdem alles aus. Und das wurden hunderte von Seiten. So ist es einfacher für mich. Nein, ich meine, wieso tut ihr das? Wir müssen doch Gonker finden. Ich glaube, wir sollten mit Tierheimen anfangen, auch Tierkliniken. Wir sollten auch Rockbridge abklappen, Rockingham und Augusta. Okay. Außerdem sollten wir in jeder Stadt mit der Polizei reden. Wir sollten beim Tierschutz nachfragen, wir sollten in Kirchen nachfragen, überall, wo Leute sich versammeln und Informationen austauschen. Ja, und die lokale Presse. In Veteranenheimen, Rotary Clubs, in allen Logen. Ihr sprecht da von hunderten von Orten? Ja, hast du eine bessere Idee? Nein. Es gibt keine Alternative. Ich werde hierbleiben und Telefondienst machen, Anzeigen aufgeben. Anzeigen? Findest du nicht, soziale Medien werden effektiver? Damit befasse ich mich nicht, das ist deine Abteilung. Und Such- und Rettungsdienste. Deine Mom hält hier die Kommandozentrale am Laufen, während du und ich auf dem Appalachentrail wandern. Und wenn wir uns anstrengen, uns konzentrieren und uns gut überlegen, was wir jeweils tun, dann verspreche ich dir, wir finden diesen Hund. Ja? Dann beeil dich, zieh dich an, es wird bald dunkel. Okay. Du versprichst es? Wie kannst du das sagen? Weil ich fest dran glaube. Wie kannst du das sagen?